Du gehst morgens zur Arbeit, nachmittags kümmerst du dich um die Kinder, abends geht's noch in den Sportverein und Sonntag zur Wahl. Klingt gut? Finde ich auch. Ich habe das Privileg, zur Wahl zu gehen. Aber knapp 10% der Freiburgerinnen und Freiburger leben hier und können ihre Stimme nicht abgeben. Wir finden, das geht nicht. In München hat der Oberbürgermeister sich im Städtetag dafür eingesetzt, dass das kommunale Wahlrecht für alle in der Stadt Lebenden gilt. Wir möchten auch, dass unser Oberbürgermeister Martin Horn sich im Städtetag dafür einsetzt. Mit einer breiten Mehrheit im Gemeinderat und vielen anderen Fraktionen möchten wir ein Zeichen setzen für eine vielfältige und offene Stadt. Denn jede Stimme zählt.